Vaishya-Sanah ist die Stellung des Kaufmannes. Vaishya ist der Kaufmann. Gehört zu den stehenden Stellungen und zu den Stellungen, die auch zu den Gleichgewichtstellungen gehören und die Wadenmuskeln stärken. Ausgangsposition ist die Stehhaltung mit Zehen zusammen. Von hier hebe die Fersen nach oben und gib die Hände vom Brustkorb zusammen. Das ist Vaishya-Sanah. Wenn du noch eine größere Herausforderung suchst, dann schließe die Augen und spätestens jetzt siehst du, die Stellung hat es in sich. Was auch heißen soll, ein guter Kaufmann muss zum einen auf Zack sein, er muss immer wieder, darf es sich nicht gemütlich machen, zweitens braucht er eine gewisse Demut, deshalb die Hände vom Brustkorb und er muss immer wieder das Gleichgewicht bewahren inmitten aller Herausforderungen. Herr Glätschern